Hallo und herzlich willkommen zurück und ich hoffe Oh ja, ich habe es eingestellt, Gott sei Dank So Ich hoffe jetzt, dass er neben mir hängt und wir spielen heute mit ihmchen Und er hat mal wieder unterschiedliche Farben Ich finde, die sehen fast genauso aus, aber ich spiele den, ich mag kräftige Farben und wir machen wieder wie immer Geschichtskunde und bis gleich Der Parhycephalosaurus oder dickköpfige Echse war ein pflanzenfressender Zweibeiner mit riesigem Kopf Er war 6 Meter lang 3 Meter groß und wog ca. 1800 Kilogramm Sein Schädel war bis zu 25 Zentimeter dick und bestand aus porösen, weichen Knochen die mit Blutgefäßen verbunden waren Darin befanden sich ein besonders kleines Gehirn und große Augen Der riesige Kopf des Parhycephalosaurus wurde wahrscheinlich zum Stoßen anderer Tiere verwendet Der Parhycephalosaurus lebte in der späten Kreidezeit vor etwa 65 bis 76 Millionen Jahren Der Parhycephalosaurus Der Parhycephalosaurus gehört zur Ordnung der Ornithistia So, und weiter geht es Ich hoffe, das Rauschen war da weg Wir kämpfen uns mit dem durch und ich hoffe, dass wir jetzt keine Probleme mehr bekommen mit meinen sogenannten kleinen CPU Da ich ja momentan ein Stück aufnehme Hat den Download hinten dran laufen Vielleicht ist der jetzt gut Ich hab alles geschlossen Alles, was irgendwie vielleicht Probleme macht Ich komme, ich bin die Dampframe Oder auch nicht Ich bin die Dampframe Schau zu Und irgendwie hau ich auch nicht zu Dampframe gegen Hörner Was gewinnt? Ich tippe auf die Dampframe Ich tippe auf die Dampframe Jepp Helikopter 5, folgen sie dem Tier Ne, ich weiß, du willst gewinnen Du schreist glücklich vor der Gegend Schlag dich durch Schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn Jetzt ist Akko 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 Und irgendwie bewirkt das gar nichts Ich kippe mich durch Ich hab einen harten Chill Ich kann sogar durch dicke Wände Möchtest du nicht eigentlich der Kopf brechen oder? Ich weiss jetzt nicht Nicht alle Dinosaurier sind originalgetreu Die wir wie heute haben Denn manche sind damals Vor 1900 noch irgendetwas 1999 oder so 1999 oder so Keine Ahnung 1999 oder so Als ich da eben rauskomme ist War die Wissenschaft nicht so weit wie heute Also Manche Dinosaurier stimmen aber Manche gab es Eigentlich alle Ich hab noch nicht recherchiert Aber ich bezweifle dass es den Mega Raptor gab Da der Oh Schlägt er dem seinen dicken Schädel in Der wird erst effektiv wenn er seinen Dickschädel benutzt Ja nett Japp Wenn die Dampframme auch eine Dampframme wird Japp Japp Ja jedenfalls Es sind ja manche Dinosaurier Nicht alle genauso wie wir sie kennen in dem Spiel Bei manchen Bilder heute ist wirklich cool Ich hab mich doch mal ein bisschen genauer angeschaut und so Ja damals Hatten die nicht so die Erkenntnis wie heute Und Zum Beispiel das Dinosaurus ist nicht Ähm Ich wollte ja mal sagen irgendwann Irgendwann Dann ist hier mal auf Schluss mit dem Ausweichen Jedenfalls sind nicht alle genauso nicht mehr so Hey Witt Mit dem Kampfstil alles Dann scheinbar ist der Kampfstil sogar genauso wie der Rasse zugefügt Also zugeordnet meinte ich Oh Ihr kriegt jedenfalls Informationen von den Dinosaurier raus Das ich doch drüber kann gucken Das heißt Dinosaurier über alles lebe Ich muss sehen ob er jetzt hängt Dampforame 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 Hau ihn Dampforame Gib ihn Oh ich hab ne Schraubbuchen guckt Oh ich bin hier sehr eng am Ecke Dampforame Dampforame Was für ein Kampf Jo ich war ziemlich stark am St.. äh äh ähm Starkstrom Ich hab mich nur kurz wegschmeißt ihn Dann wäre ich gegen die Stromleitung geflogen Dann wäre ich gut abgezogen Grit Geht das eigentlich Okay Eigentlich würd ich ihn werfen aber Oh, ich kriege hier noch ein Geschoss. Ich gehe seine Füße malitrieren. Wir haben hier gerade seitwärts Kampf gemacht. Wir haben unsere Seite ineinander gerieben. So kleine Perverse. Was ist der nächste? Uh, T-Rex. Eigentlich müsste er T-Rex niederhauen, aber naja. Weil der ist irgendwie klein. Naja, damals war die Erkenntnis so hoch wie heute. Aber da könnt ihr mal sehen, wie damals die Wissenschaft weit war über heute unserer. Oh Mann! Die Dampfräume wird es da geben! Oh Gott, der besiegt mich. Wow, ich habe ihn besiegt. Ich glaube, mir hämmert euch. Kommt man hier vor, dass ich gegen Krieger hämmere. Kommt man hier. Kommt man hier. Kommt man hier. Kommt man hier. Wir sind heute Agro. Technik funktioniert! Yeah. Hau ihm! Ruf das Sicherheitsteam. Er läuft weg! Dampfraum ist wirklich brutal. du bist heute richtig in fahrt richtig in fahrt theoretisch wir müssen sich ein zweck aus dem schädel wieso bin ich geschützt worden ja das tut mir weh es sind schon geschickt ich höre hier nicht so das fehlt dazu ja das wird schon verfehlt das kann konsequenzen ziehen helikopter fünft folgen sie dir du schreist viel vor den jenen du bist gut dampf rämme gib ihm gib ihm Oh, der, der hat, der Schlag hat gesessen. Wie er sich so schnell ablehnt, wenn man ein Rutschen macht da. Du bist gefährlich, mein Freund, aber wir kriegen jetzt der Raptor ab. Und da wird es für dich vielleicht gefährlich. Und da wird es für dich, normalerweise. Ich verlau was von dir nicht, Kerstin. Ich gehe hier meinen Kopf an. Ja, Kopf an Kopf. Ich nehme nur Anlauf. Vielleicht hast du das nicht gewollt, aber naja. Ich habe meinen Kopf voll Blut. Gewunder, so ob ich meinen Kopf nutze. Immer durch, immer durch. Das ist kein Problem, immer durch. Man hat ja jetzt ein Glück gehabt. Aber das hat nicht angehalten. Ruf das Sicherheitsteam, er läuft weg. Bei dem ist wirklich, äh, erst Distanz und dann Anlauf und dann, bam. Und wie eine Dampfung neben. Ja, wie gesagt, wie ein Stier. Ohne Hörner. Mit dicke Platte auf dem Kopf. Ja, ich weiß. Dampframme! Hier sind mir zu viel Sachen. Oh, die Dampframme, die pferde ich. Ja! Wut? Ich habe nicht so schön Anlauf genommen. Vorher, die ich nicht so früh klein habe. Ich bin aber nicht geschoren. Scheiße. Scheiße. Was ist denn der Dreck-Buck? Oh, verloren! Diese Sau. Scheiß Mensch, der noch dazwischen gewesen wäre. Das ist doch nicht mal ein Fleischfresser, du Idiot. Beide nicht. Kampf zwei, los! Ich bin wütend! Wütend! Ich bin wütend! Die Dinger, das wird man auch nicht reizen. Die geben noch richtig aggro. Wie ich jetzt. Wenn ich nicht in den roten Schädel habe. Los! Ja, der Dreck-Sack weiß ich mir auch immer aus. Oh, ich habe nicht gewartet. Ja, lecker, grummen Hut. So, was kommt? Wo dann? Also, der Sprecher, der ist irgendwie besoffen. Oh, kleiner, feiner, wendiger Knirps. Haut gut rein. Nein. Kampf eins. Los! Was ist mein... Scher! Okay. ich hab immer ein blut jacob wer ist das jetzt fertig? du sollst es noch mal sehen scheiße ich wollte Dampfrahmen um die Seite steh auf! ich zeig dir die Dampfrahmen ich zeig dir die Dampfrahmen oh ging schnell die Dampfrahmen hat es gegeben jo wir haben ein Dinosaurier yeah wieder wärs bis jetzt wenn wir zwei Dinos gemacht haben der gleiche Dino am Schluss immer auftaucht dass wir den als du Fähre dann kriegen in der Hinsicht oh das war mal wieder ein guter Part voller Aggression ja das passt ja auch zu diesem Dino ja und ich würd mal sagen wir sind jetzt in der nächsten Folge da werden wir wahrscheinlich den Spinosaurus spielen und darauf freue ich mich auch wenn der nicht so geile Moves drauf hat eher wie ein Raptor aber ja die hatten damals nicht so die Erkenntnis für die Dinos war ja sehr sehr früher wenn man heute die Wissenschaft sieht dann sind wir einen Schritt weiter aber dennoch wir wissen nicht alles und das wird wahrscheinlich nie sein jedenfalls man sieht sie in der nächste Folge wie immer lasse ich die Quedets laufen und bis später wie gesagt bis nächstes Mal ja 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 ja